Liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die Sneak Preview in den Innenstadtkinos Stuttgart fängt an diesem Montag wieder an. Vielen Dank, Herr Kretschmann. Viel Spaß. Danke, danke. Der Kinocast Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom Kinocast. Hier sind alle noch frisch und munter. Das liegt daran, dass wir wirklich ein ziemlicher Herrgottsfrühe hier aufnehmen. Der ist noch relativ kühl draußen. Hallo, Kate. Hallo, Erik. Hallo, Chris. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, der Lehrer ist natürlich schon zur ersten Stunde fröhlich drauf und versucht. Ja, alle mitzureisen. Sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir Filme für euch. Auch die wichtigste Ankündigung kommt vielleicht von euch, oder? Wer möchte? Thema Sneak. Ich, 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 ich. Wir gehen morgen ins Kino. Wir gehen morgen ins Kino. Ja, morgen ist wieder Sneak unter Einhaltung der strengen Corona-Vorschriften, Abstandsregelungen und so. Und den drei Gs ist morgen Kino möglich. Und Chris und ich werden uns das antun. Ja, wir freuen uns. Wir freuen uns. Endlich wieder Sneak. Yay. Sneak, 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 sneak. Da gab es doch einen Tipp, oder? Du hast mir vorhin einen Tipp gesagt, den kann man jetzt eigentlich sofort verkünden, oder? Ja, genau. Der Tipp ist Business as Unusual. Habe ich ehrlich gesagt, weil ich mich ja auch noch nicht so richtig mit den Neustarts beschäftigt habe, weil er das irgendwie die ganzen Monate jetzt überhaupt nicht betroffen hat, habe ich gar keine Ahnung, was da kommen könnte. Ein Emanuel hat unter unseren Post geschrieben, The Conjuring 3. Okay. Das wäre also ein Horrorfilm. Business as Unusual. Ja, das könnte natürlich sein. Vielleicht auch Quiet Place 2. Ja. Kann auch sein. Aber Business wäre ja Arbeit und die von The Conjuring, das ist ja die Arbeit. Ja. Wir schauen vielleicht mal nachher noch in die Neustarts mit rein, was noch so annäuft jetzt in der nächsten Zeit. Es sind ja quasi einige Filme schon im Juni angelaufen, die jetzt noch laufen, die werden wir vielleicht nachher auch mal kurz betrachten. Aber erstmal werfen wir einen Blick auf unsere, ja, für euch die letzte Heimsneak. Für mich war, es wird es noch einige Heimsneaks geben, bis ich meine zweite Impfung habe und fertig durch bin mit allem. Wir hatten den Film Peninsular, also Halbinsel, auch genannt Train to Busan 2. Und nachdem ja Train to Busan, der erste, der hat mich damals ziemlich umgehauen und den fand ich echt gut. Also richtig gut gelungen, gut gemacht und hätte ich so nicht gedacht, dass das aus der Ecke sowas kommen kann, so ein Film in der Richtung. Hatten wir jetzt diesen Train to Busan 2. Der lief auch, glaube ich, kurz vor Corona mal eine Zeit lang im Kino, aber hat man irgendwie nicht geschafft. Und jetzt ist der auf Amazon Prime erschienen. Und ich weiß natürlich nicht, warum der jetzt Peninsular heißt, also nicht Train to Busan 2. Naja, also wenn du den Film guckst, weißt du, warum er nicht Train to Busan heißt. Ja, aber ich meinte, üblicherweise wird ja dann einfach eine Zahl dran gehängt, um klarzumachen, okay, das ist jetzt der neue Teil. Weil an sich ist es ja der Nachfolger von Train to Busan. Und hier wird die Story allerdings noch ein bisschen weiter gesponnen, nämlich diese Zombie-Epidemie, die hat weiter um sich gegriffen. Das Einzige, was auf der koreanischen Halbinsel noch halbwegs safe ist, ist Nordkorea, weil die sich abgeriegelt haben. Also die haben einfach alles so wie bisher gelassen und sind dadurch safe geblieben. Während der südliche Teil, also Südkorea, ist halt von Zombies überflutet und mehr oder weniger abgeriegelt, weil natürlich rundherum Wassergrenzen sind. Und man kann halt nur mit dem Schiff dort raus und man hat auch eine Bevölkerung evakuiert, ein paar sind allerdings noch dort geblieben. Und dann bekommt das Ganze so einen Spin, wie wir das hatten bei Army of the Dead. Wobei ich eher sagen würde, Army of the Dead hat hier abgeguckt, weil den gab es ja eher. Dass nämlich so ein paar Verbrecher sagen, ja, da wollten welche ausreisen und da war ein Koffer voll Geld und die sind jetzt noch auf dieser Halbinsel. Und ihr holt die da mal raus. Und ja, man macht sich dann so auf den Weg. Dann gibt es natürlich noch welche, die dort noch raus wollen. Und es gibt auch so eine Art Raider, die da noch in dem Land leben, die es irgendwie nicht geschafft haben, da rauszukommen. Die irgendwie überlebt haben, die noch keine Zombies sind, die aber dann ganz irrwitzige Rituale feiern. Das hat sich da so angefühlt wie Mad Max 3 unter der Donnerkuppel und sowas. Und ganz komische Sachen. Das war es eigentlich, was man zu dem Film so weit sagen kann. Letzten Endes ist es halt wirklich fast so ein bisschen wie das Army of the Dead, was wir besprochen hatten. Es sind halt welche hinterher, dann Betrügereien und man traut sich nicht. Und ja, wie hat es euch denn gefallen? Ich fand es ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es wirklich mehr oder weniger die Vorlage war für den letzten Zombie-Film von Netflix, den wir gesehen haben. Und mir hat es Spaß gemacht. Also ich fand den wieder mit dem typischen koreanischen Humor mehr oder weniger ausgestattet. So manchmal so völlig skurrile Szenen einfach einzubauen. Und war gut umgesetzt. Der Film hat sich auch nicht wirklich ernst genommen oder zu ernst genommen. Und das fand ich tat ihm auch relativ gut. Klar, neue Ideen eher, nee. Ein paar Szenen, die ich einfach mega, mega cool fand. Und ganz am Anfang zum Beispiel, wo der eine mit dem Auto gerettet wird, das hat mir super gut gefallen. Wie dann das Mädel da mit dem Auto durch die Straßen von Busan heizt. Komm mit mir, wenn du leben willst. Ja, genau das, genau das. Und das fand ich super cool. Also das, wie gesagt, hat ein paar echt coole Szenen gehabt. Ansonsten war es halt ein Zombie-Film, der nicht viel falsch macht. Der sein Handwerk kennt, sein Handwerk betreibt. Ich fand's cool. Ja, ich weiß nicht. Mir hat irgendwie so ein bisschen was gefehlt. Also ich hab's doch zu sehr wahrscheinlich mit Train to Busan verglichen, den es auch gerade bei Netflix gibt. Äh, Netflix, Amazon Prime gibt. Ich hab da vorher nochmal ein bisschen durchgeguckt, weil mir der nicht mehr so hundertprozentig präsent war. Und ich fand den schon spannender, den Originalen. Ja, also hier war's eher so quatschig. Der ist teilweise war, gebe ich direkt, der ist teilweise spannender. Ja. Und ich hab dann auch so ein bisschen überlegt, wo der dann zu Ende war. Der Neue jetzt, hab ich überlegt, ja, hm, also richtig, ähm, ich überleg dann so, ja, ist da jetzt was drin gewesen, was ich gern nochmal sehen würde. Ja, wo ich mit den Filmen, wo ich sag, oh, dann muss ich nochmal gucken und so, wie die eine Szene aufgebaut war und so, was da vorher ging. Ähm, nee. Und da war ich dann schon relativ schnell im Mittelfeld gelandet bei mir. Ja, also die, auch so die Szenen mit den Raidern, die dann irgendwelche Rituale da veranstalten. Ah, irgendwie kannte man das schon. Da war nicht mehr so dieser, dieser, ja, dieser, dieser Knall. Sehr ganz solides Handwerk hat er gekonnt. Ja, ja, war nicht mehr so dieser, außerdem hat mich, ah, da war so viel CGI drin. Da waren fast alle Szenen, ähm, gibt's ja diesen filmischen Fachbegriff, amerikanische Nacht. Das ist quasi, wenn am Tag gedreht wird und das wird dann so mit solchen Blenden vor der Kamera gemacht, das ist auch so wie Nacht. Das war fast alles, alle Nachtszenen waren so gemacht, das siehst du halt dann. Und, ach, diese ganzen Effekte, puh, war einfach Overload. Gerade wenn die dann so wie irgendwelche Playmobil-Figuren, irgendwelche von irgendwelchen Brücken runtergefallen sind, so einfach so, äh. Ja, fand ich schön. War halt keine Schlacht bei Helms Klamm oder so, wo alles so top angehört ist. Alle Kälte hat eine ziemlich gute Wertung, ja. Ich glaube, da wird's jetzt noch was Positives rausgearbeitet haben. Immer. Es ist koreanisch, also, ich bin da, ich bin da befangen. Nein, also, ich fand ja den ersten Teil schon sehr, sehr gut, wobei ich den Chris, äh, gleich gleich mal korrigieren muss. Du hast gesagt, ähm, in den Straßen von Busan, es hat aber in Seoul gespielt. Ah, in Seoul, Entschuldigung. In Seoul. Ähm, und, äh, es ist halt, ich mag koreanische Filme. Also, ich mag zumindest gute koreanische Filme. Es gibt auch welche, wo ich denke, ja, ich muss mir jetzt nicht jeden koreanischen Film angucken. Aber es liegt halt einfach an, an dieser Verbundenheit, ja. Wir haben, wir waren dort, äh, wir haben Verwandtschaft dort, äh, beziehungsweise Freunde, die Familie sind quasi. Ähm, und, äh, dann sehe ich einfach solche Filme einfach mit einer ganz anderen Brille, sagen wir mal so, ja. Ähm, und, was mir halt gut gefallen hat, waren gerade die Action-Szenen, gerade die, diese Autoszene, die der Chris auch schon beschrieben hat. Ähm, dann dieser eine Effekt, wo ich kurz weggeguckt habe, und da kriegst du, du musst es rückspulen, du musst es nochmal angucken. Ähm, wo dieses Flugzeug über, das war als, als quasi, das, das war so eine Rückblende, was alles so passiert ist. Und da ist so ein Flugzeug über, über eine Brücke. Und, äh, das war so cool gemacht, ähm, das hat mir einfach gut gefallen. Die Geschichte an sich fand ich ein bisschen verworren, weil so viele Charaktere plötzlich hinter dem gleichen Ziel waren, und zwar dieses Geld zu diesem Schiff zu bringen. Ähm, ja, aber ansonsten, ich fand die Kids irgendwie ziemlich cool. Ähm, ja. Es, es war, wie ihr schon sagt, es war nichts Neues, man hat viel wiedererkannt, aber, ähm, was halt ganz klar erkannt war, dass Army of the Dead die Grundstory geklaut hat, von Peninsular. Mhm. Ja, das ist, äh, ist einfach so. Mir hat der, mir hat der Film gefallen. Also ich fand's cool, dass es einen zweiten, einen zweiten Teil gab. Vielleicht gibt's auch noch einen dritten Teil, äh, wer weiß. Ähm, den werd ich mir dann auch wieder angucken. Einfach, weil ich, äh, das, dieses Franchise quasi gut finde. Beim Chris, da kratzen schon die Zombies an der Tür. Ich hab's gerade auch gedacht, so leckt doch mich am Sonnen hier. Ey, weißt du, den ganzen Tag schlafen die Viecher, und sobald ich hier bin, ah, geil, Nagen, Nagen. Oh mein. Naja. Ich hab euch gerade mal einen Link geschickt hier über WhatsApp, ähm, die, die erfolgreichsten koreanischen Filme, heißt Crossing Films in South Korea, also die in Südkorea, das sind eigentlich, also in dem oberen Bereich sind ja die, äh, die eigenen, und unten siehst du die, die ausländischen Filme. Da ist natürlich Avengers Endgame, Platz 1, ist ja klar. Aber wenn du guckst, wie viel Einspielergebnis das hat, ähm, verglichen mit den eigenen Filmen, ja, ist schon Platz, was würde ich sagen, Platz 6 oder so, ja, 6, 13 Millionen, ja, ähm, ist schon, die eigenen Filme sind schon sehr stark. Und da gibt's, ey, eine riesen Liste von Filmen mit sehr, sehr hohem Einspielergebnis, die, die man überhaupt nicht kennt. Also man kennt natürlich so Parasite und The Host und sowas und, ähm, Snowpiercer und solche Sachen. Aber die anderen kennen Mahle nicht. Also ich glaub, da ist noch viel Potenzial, dass man da mal auf die Suche gehen könnte. Äh, hier stehen ja auch die internationalen Titel mit drin. Okay, also ich glaub hier The Admiral, Roaring Currents, ähm, ich weiß nicht, das sieht sehr nach einem Konflikt hier, ähm, ein Kriegskonflikt, den man vielleicht außerhalb gar nicht versteht. Aber den zweiten Platz hat man ja geschaut, diesen Extreme Job mit der Chicken Police hier. Ich hab, ich hab grad was Lustiges entdeckt. Guck mal, Film 12, A Taxi Driver. Bei den Hauptdarstellern ist ein Thomas Kretschmann aufgeführt. Ah, tatsächlich, ja. Witzig. Ah ja. Kretsche, Mensch. Ja, also ich glaub, da ist noch viel Potenzial, wo man noch mal gucken kann. Mh, und ja, Train to Busan 2, ich weiß nicht, also so Zombie-mäßig, es hat mir auch so, ah, ich weiß nicht, so, ich mag ja so Zombie-Filme, aber ich mag, glaub, ich eher diese langsamen Zombies, die dann, wie so eine, äh, äh, da möchte ich ganz kurz auch noch, was, wenn du das grad ansprichst, die langsamen Zombies, die waren richtig cool schnell und was mir sehr gut gefallen hat, war, ähm, die haben sehr viel auch mit den Autos dann mal gespielt und die Autos, äh, die haben Alarmanlagen oder Hupen oder sowas und das ist halt, äh, im Computerspiel Left 4 Dead, wenn das jemand kennt, oder Left 4 Dead 2 und das ist halt da genauso, du schießt auf das Auto und dann geht der Alarmanlage los oder drückst auf die Hupe und dann kommen sie angerannt und kümmern sich erst um das Auto und das fand ich mega cool, das einfach auch mal gut umgesetzt da in einem Zombie-Film zu haben. Auch das hat mir wieder gut gefallen. Noch so ein Punkt. Ja, das, ähm, also die waren auch teilweise so ein bisschen leicht intelligent, ne, wie sie so vorgegangen sind, um irgendwo reinzukommen und ranzukommen und sowas, ne. Ja. Ja, aber trotz allem waren sie einfach Zombies und nicht irgendwelche Über-Zombies. Können die noch denken, aber egal, ne. Also von mir, äh, ich starte mal, ich hab hier die schlechteste Wertung mit 6 Punkten. Ich mach weiter mit 7 Punkten von 10. Und ich mach weiter, einfach weil ich, äh, Soul, Liebe, es sind 8 Punkte. Hm. Ich mag den Film. Okay, haben wir ja, sind wir ja doch im vorderen Bereich, also für mich trotzdem eher so Durchschnitt. Mal gucken, ähm, lasst einen Kommentar da, wie ihr das so findet und, ähm. Drückt auf die Glocke. Genau. Im Moment, das war was anderes. So, dann werde ich ja nächste Woche eine Heimsneak haben, da hat mir die Kat was ausgesucht, das wird, äh, Fatherhood sein auf Netflix. Ab 18? Ach nee, ab 18. So. Das werde ich mir dann doch mal zu Gemüte führen. Und, ähm, ich glaube, für mich mache ich jetzt nicht so ein Riesendrama wie mit Tipps für nächste Woche und so weiter. Ich werde dann einfach immer mal sagen. Ah, nee. Wir haben doch dann die andere mit Tipps, weißt du? Und, ja, dann geht's gleich mal weiter zu den gesehenen Filmen im Heimkino. Heimkino. Soll ich schon mal der Film, äh, Made in China auf Sky über den Weg, über den Weg geklickt? Ähm, nee. Hier läuft gerade immer ein anderer Film über den Weg. Also, ich hab den, hab den Film Made in China geschaut, eine französische Komödie. Da spielt unter anderem, äh, Medi Sadun mit. Den haben wir schon in diversen Filmen, französischen Filmen gesehen. Ähm, habt ihr bestimmt jetzt, wenn ihr den mal googelt oder so, wisst ihr bestimmt, was er wenig meine. Der spielt aber eher so den Sidekick von unserer Hauptfigur. Der wird gespielt von Frederic Zhao. Und wie man vielleicht aus dem Namen hört, der Vorname ist französisch, der Nachname ist, äh, chinesisch. Und, ähm, er ist in Frankreich groß geworden und hat sich irgendwann, weil sein Vater war so in dieser Community, ähm, die sind irgendwo so, glaube ich, im Banlieu oder so groß geworden in diesen Hochhäusern. Und, ähm, sein, sein Vater hat sich sehr für die chinesische Community, ähm, engagiert und die haben da auch so eine Art Verein, die wiederum kleinen, kleinen, ähm, nicht kleinen Kriminellen, sondern kleinen, kleinen Geschäftsleuten so Kredite gibt, weil gerade so die Einwanderer haben es echt schwer, bei den Banken irgendwelche Kredite bekommen, äh, zu bekommen für ihre Geschäfte und so. Das ist aber völlig legal, also das ist jetzt nicht irgendwie auf eine illegalen Weise. Und er, der Vater wollte gern, dass sein, sein Sohn in Anführungszeichen was, was Richtiges lernt, ähm, aber der Sohn ist eher so, ja, der Fotografie zugetan und hat da auch Fotografie und Kunst studiert in, ich glaube, Marseille oder so. Der ist also weit weggegangen von zu Hause. Und deswegen hat sein, sein Vater ein bisschen mit ihm gebrochen und als sein, äh, sein Sohn dann erfahren hat, dass irgendwie der, der Mutter auch schlechter ging und er gehört hat, dass sich der Vater nicht mehr so richtig gekümmert hat um sie, sondern weiter arbeiten gegangen ist, hat sich auch das Verhältnis vom Sohn ein bisschen mit seinem Vater entzweit. Und das ist allerdings so die Vorgeschichte, die so im Rahmen des Films dann so ein bisschen erzählt wird. Ähm, die Hauptgeschichte ist eigentlich, dass, äh, Frederik, ähm, eine Freundin hat, mit der er ein Kind erwartet. Das wird natürlich relativ schnell deutlich. Und, ähm, die Frau oder seine, seine Freundin, die möchte gerne schon, dass der Vater von ihm das auch weiß und, ähm, soll ihm die Nachricht überbringen und er sagt ja ganz schwieriges Verhältnis und so weiter. Und es kommt aber dazu, dass speziell sein, sein Sidekick, Medi Sadoun, der eine Fahrschule betreibt in Frankreich, also in, in Paris, was natürlich total verrückt ist, da, ähm, dort fahren zu lernen, ähm, der, ja, der, der pusht ihn immer wieder in die richtige Richtung und ist wirklich ein absoluter Zugewinn für diesen Film. Der hat so viel Spaß gemacht, ihm seine Kommentare, ihm seine verrückten Aktionen und so. Und, ähm, der pusht ihn dann so ein bisschen dazu, dass er, ja, mit seinem Vater wieder Kontakt aufnimmt, das, und der kommt natürlich gleich wieder in die ganze Familie rein, ähm, erfährt dann, dass seine jüngere Schwester jetzt bald heiratet und so weiter und, ja, da kommen dann so diese ganzen Familiensachen wieder, wieder zu Tage und er erfährt auch ein paar Sachen aus der Vergangenheit, wie Sachen wirklich waren und so weiter, ja. Ähm, ich fand ihn eigentlich sehr, sehr schön, den Film und hat, hat mir echt Spaß gemacht. Das war nicht ganz so quatschig und klamaukig wie viele andere französische Komödien, äh, war auch nicht ganz so tiefsinnig wie vielleicht, äh, Monsieur Claude oder sowas, wo noch dieses ganze Thema mit, mit Ausländerfeindlichkeit und so weiter mit drin war, sondern, ja, hier war es eher eine richtig rund, äh, runde, gut erzählte Geschichte, die man sich durchaus mal angucken kann. Also gerade, ja, jetzt so, ja, Kinos sind ja noch nicht ganz wieder gestartet und den Film gibt's jetzt auf Sky, vielleicht gibt's den dann demnächst auch irgendwo anders. Also kann man sich echt mal angucken, hat wirklich Spaß gemacht. Deswegen von mir sieben Punkte, wenn ich mich recht erinnere. Jawohl, sieben Punkte stehen hier drin. So viel. Ja, Made in China, deutscher Zusatztitel, das Leben spricht Französisch, was auch immer das mit dem Film zu tun haben soll. Ich weiß es nicht. Immer dasselbe, ey. Ja, aber muss ja sein, deutscher Zusatztitel, ja. Und ja, guckt da vielleicht mal rein, wenn ihr mal einen netten Film sehen wollt, dann, ne? Ja, okay, News und Trailer, warte mal, da hab ich, glaube ich, auf unserer Facebook-Seite ja einiges gepostet gehabt von neuen Trailern. Ich werd sie nur mal kurz erwähnen und mal den Trenner reinhauen. Neue Filmtrailer. Oh, das hatte ich ewig nicht hier, diesen Trenner, der klingt ja komisch. Also, ich hatte gepostet Quiet Place 2, den haben wir ja schon. Dann haben wir noch auf der Facebook-Seite von Kinocast den neuen Shang-Chi-Trailer. Den find ich saugeil. Auch diese, ich will's jetzt nicht spoilern, was da alles zu sehen ist, aber da sind querweise zu anderen Marvel-Helden und ins Cinematic Universe rein und so. Unbedingt angucken, den neuen Trailer. Dann kam ein ganz neuen Trailer raus, den muss ich im Kino sehen, also 16. September, das passt auch bei mir, Eiffel in Love, da geht's um den Bau des Eiffelturms und ist von Konstantin produziert, der Film, aber halt in Frankreich geht's da um, der Eiffelturm soll halt für die Weltausstellung 1889 gebaut werden und ja, das interessiert mich, der Film. Und Quiet Place 2 hat man, ja, ich glaub, das war's schon an den neuen Sachen, genau. Ja, das war's mit den Trailern und dann, also geht er auf unsere Facebook-Seite, um die zu sehen. Und dann Serien. Serien. Da, also Mythic Quest, ähm, ist das Spoiler-behaftet dann, wenn wir drüber reden, oder? Ich befürchte fast, ja. Dann mach ich vielleicht erst mal kurz Unbroken und, weil da kann ich spoilerfrei kurz zusammenfassen, dann hauen wir einen Spoiler-Tag rein, dann machen wir dann Mythic Quest und Loki, ja? Die aktuelle Folge. Okay. Okay, also, äh, wir, für Fortsetzung voll, kriegen wir immer so diverse Hausaufgaben, wo wir Sachen gucken müssen, die mal mehr oder mal weniger gut sind. Und, äh, gerade, häufiger weniger gut. Ähm, genau. Jetzt war aber, speziell bei, bei solchen deutschen Serien bin ich immer sehr vorsichtig, so, ja, es ist immer, es ist immer viel Schund dabei, muss ich ehrlich sagen, da, gerade, was dann so irgendwo im hinteren Teil des Programms dann irgendwo versauert. Und jetzt war aber mal eine dabei, genauso wie diese, ähm, die Lobbyistin, die ich schon mal empfohlen hatte, oder die Toten von Manu, was ich empfohlen hatte, ähm, war jetzt eine Serie dabei, die heißt Unbroken, im, im Deutschen, äh, gibt's auf ZDF-Neo, also ZDF-Mediathek. Und hier geht's darum, dass, ähm, Aileen Tetzel, die hatten wir auch schon diverse Male in der , äh, Sneak-Preview gehabt in, in verschiedenen Filmen. Ich gebe's mal kurz in der Suchmaske ein hier, bei uns. Genau, Drei-Zimmer-Küche-Bad zum Beispiel, ja. Jedenfalls, die spielt eine Kommissarin. Und sie ist, äh, hochschwanger. Sie verabschiedet sich, ähm, auf ihre Dienststelle in, quasi ihre Schwangerschafts, äh, Zeit. Und sie wird dann kurz danach, nachdem sie sich verabschiedet hat, wird sie entführt. Und ihr Kind ist weg. Also sie wacht auf, mitten im Wald irgendwo, blutig und sonst was. Und, ja, sie kommt dann zurück. Und, ähm, da wird ihr gesagt, so, hey, ähm, du warst jetzt sehr lange weg. Irgendwie eine, eine Woche oder zwei Wochen oder sowas. Ähm, wir haben nach dir gesucht. Wir haben alles in Bewegung gesetzt. Ich meine, wenn Polizisten verschwindet, das wird jetzt nicht gerade wie eine verschwundene Katze behandelt, sondern da ist es, ähm, da sind, da werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, ne. Und, ja, die haben irgendwie alles versucht, haben sogar in der Unterwelt ermittelt, haben sie nicht gefunden. Und plötzlich ist sie wieder da. Kind ist aber weg. Und, ja, sie fragt sich selbst, was da los ist. Und nachdem sie auch eine Zeit lang im Krankenhaus war, untersucht wurde und festgestellt wurde, ja, sie hat natürlich, äh, gebärt, äh, geboren, geboren, gebärt, ähm, also kein, 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 kein Kaiserschnitt oder sowas, sondern ganz, ganz normale Geburt gehabt, ja. Ist natürlich die Frage, was war da in der Zeit, ja. Und da kommen dann so Erinnerungsfetzen bei ihr auch wieder. Das ist aber auch sehr, sehr langsam. Also am Anfang sehr, sehr wenig und überhaupt nicht hilfreich, die Erinnerungsfetzen. Es ist jetzt nicht so, dass sie plötzlich beim Kaffee sitzt, plötzlich, oh, sieht sie das Gesicht ihres Entführers oder irgendwas, sondern es sind wirklich eher so, ja, ganz dubiose Sachen. Und parallel, also sie sagt dann irgendwann zu sich selbst, ähm, dass sie doch wieder sich in die Arbeit stürzen muss, um das alles irgendwie ein bisschen wegzudrücken, diese ganzen psychischen Themen, die sie da jetzt mit sich rumschleppt. Dass sie eben das Kind verloren hatte, sie entführt war, nicht weiß, wo sie war und so weiter. Ähm, stürzte sie sich wieder in Arbeit und hat da gleich einen neuen Fall, in dem sie ermitteln muss. Und, ja, da muss sie auch im Milieu ermitteln. Und, ja, vielleicht hat diese ganze Ermittlung auch ein bisschen was mit ihrem Fall zu tun. Und sie muss dann halt auch mehr oder weniger feststellen, dass, dass manche, ja, dass sie sich auf manche vielleicht doch nicht so sehr verlassen konnte, wie sie geglaubt hat und so. Mehr sage ich jetzt mal nicht. Ist eine Miniserie in sechs Teilen, kann man so locker mal durchgucken. und hat mir echt gut gefallen, auch vom Schauspielerischen her. Das war halt nicht so dieses typische Tatort, äh, ja, dieses langsam Erzählte, sondern war halt wirklich Pepp drin. Und gerade auch so diese ganzen Szenen waren wirklich sehr international, fast wie für eine internationale Netflix-Produktion irgendwie gedreht oder so. Also kann man, kann man durchaus mal angucken. ZDF Neo, also ZDF Mediathek Unbroken. So, und dann hau ich jetzt mal einen Spoiler-Tag rein hier. Achtung, Spoiler-Warnung. Das wollen wir als erstes machen. Mythic Quest, hat man eben schon erwähnt. Können wir machen, gerne. Chris, du hast die zweite Staffel jetzt abgeschlossen. Ja, die zweite Staffel Mythic Quest komplett jetzt durch. Du hoffentlich auch. Ja, ja, ich auch, ich auch. Ja, und? War gut, Punkt, Ende, weiter, Loki. Nee, Quatsch. Nee, war okay, aber ich fand tatsächlich die erste Staffel besser. Erste Staffel war definitiv witziger. Die zweite Staffel hatte schon mehr Tiefe, fand ich. Also gerade auch diese, diese echt geniale Rückblick-Folge, wo Big Hat aus Silicon Valley da mitspielt und, ähm, oder quasi den, den jungen Schriftsteller spielt und wie das. CW, ja, das war richtig cool. Also das war, das war eine sehr coole Folge. Auch dann, dass es dann in der nächsten Folge nochmal mit aufgegriffen wurde, auch, fand ich auch sehr cool, da hinten raus. Also das war richtig schöner Rückblick und auch so ein bisschen wieder, ja, einfach mal den, den Charakteren nochmal eine andere Tiefe geben und, und, und einfach die ganzen Background-Stories dann wirklich mal mit, mit aufrollen, so ein wenig. Ähm, aber ich weiß nicht, irgendwas hat mir nicht so komplett gut gepasst hinten raus. Das, das war, ähm, dieses, dieses, also das Ende fand ich jetzt ein bisschen doof, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und auch dieses, äh, ja, hier, wir machen die Erweiterung Zeus, wir machen die Erweiterung Hera. Ähm, beides eigentlich von Arsch. Ähm, wenn ich da an Ravens Bankhead denke, wie sie das noch abgefeiert haben und alles, wie das halt lief und, ja, schwierig, schwierig. Also es hat mich, ich fand's sehr cool, es hat sehr viel Spaß gemacht, das anzuschauen, aber es hat mich nicht so 100% abgeholt. Und ich kann dir nicht ganz genau sagen, warum. Also es ist eher so, so, ja, es ist vielleicht auch die Unzufriedenheit, dass es ein bisschen schwerer alles wurde, ein bisschen schleppender voran ging. Ja, ich seh's, glaub ich, ein bisschen anders. Mir hat's eigentlich ziemlich gut gefallen, ähm, weil vielleicht liegt's auch darin, wenn man's durchbincht und, äh, wirklich so eine Folge nach der anderen guckt, dann, ähm, ja, hat das vielleicht einen anderen Effekt, so ein bisschen. Aber ich hab, ja, die Folgen einzeln geguckt und hab mich dann immer wieder drauf gefreut, wie geht's jetzt weiter und so. Also ich fand das Ende auch, äh, ich sag mal so leicht unbefriedigend, ähm, weil irgendwie alle gehen, irgendwie alle verlassen sich und das wirkt irgendwie so, als, ähm, soll das jetzt hier zu Ende sein, ja. Und, ähm, ja, ich hätte mir eher gewünscht, wenn so ein, wenn so ein Teaser gekommen wär, so, ey, komm, ey, wir machen jetzt hier dies oder jenes neue Spiel und da machen wir das und das oder so und dann vielleicht Ende. Ja, wenn noch so ein bisschen so ein Ausblick. Aber ich glaube, die hatten auch ein bisschen Probleme mit der ganzen, ja, Produktion während Corona-Zeit und so weiter, dass da vielleicht auch das ganze, äh, Script so ein bisschen, äh, gelitten hat. Ich glaube, diese eine Folge da, diese Rückblick-Folge und so, war halt auch, weil den, den CW, den hatten sie ja während Corona wirklich immer nur als Video zugeschaltet. Ja, 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 ja. Und, ähm, wo der dann quasi wieder zurückkommen konnte, haben sie wahrscheinlich gedacht, okay, wir machen ihm mal eine richtig schöne Folge oder so. und, ja, auch das mit dem, ähm, dass dann das FBI gekommen ist und, äh, irgendwie, ja. Aber wenigstens, genau das meine ich, weißt du, aber genau das meine ich, das war so, ja, es wirkte teilweise ein bisschen dann doch zusammengestückig und ich fand ja noch die Corona-Sonderfolge, wo sie gemacht haben, die fand ich einfach mega gut, die war, die war richtig, richtig cool gemacht. Oh ja, der war ja noch in der ersten Staffel hinten dran, ne? War ja quasi... Ja, ja, da kam ja gerade der Übergang von der ersten zur zweiten Staffel sozusagen. Die fand ich richtig stark auch. Äh, und, ja, ich weiß auch nicht, es hat, also wenn ich bös sein möchte, bös gesagt, etwas, was ich mir versuche, abzutritt zu nennen, bös gesagt, äh, habe ich das Gefühl gehabt, man probiert vom Emotionalen und vom Ganzen in die Richtung Ted Lasso zu gehen und das hat in dem Fall nicht funktioniert, weil an Ted Lasso kommt es leider nicht ran. Ted Lasso, weiß ich nicht, ob ich es damit vergleichen würde, vielleicht... Naja, ich sag dir von der Emotionalität, wie es dann versucht wurde mit den Charakteren, weil, äh, Ted Lasso kommt ja im Juli jetzt wieder, ich freue mich echt ein zweites Pro-Doch da drauf, ähm, weil, das, das, hast du den Trailer gesehen von Ted Lasso? Ja, da gab es ja noch nicht viel zu sehen, ja, aber mit Dani Rojas... Oh, was es zu sehen gab, ist, äh, also überragend einfach. Dani Rojas, Dani, Dani Rojas. Dani, Dani Rojas. Ja, ich hoffe nur echt mal, dass sie wirklich, äh, dass die, sagen wir mal, die Premier League oder auch irgendwelche großen Ligen das auch erkennen, das Potenzial von der Serie und vielleicht auch mal so Cameo-Auftritte, wäre schon cool, so wie bei Ballers oder so, da gab es ja auch immer mal... Ja, Snoop Dogg war ja dabei. Achso, bei, 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 Dings und jetzt, bei Mythic Quest war ja Snoop Dogg dabei. Ja, ja, das war auch cool, so. Das war relativ witzig. Das, das war extrem gut, ja. Und der ganze Raum riecht nach Haschisch, alles klar. Vielleicht werden wir hier noch... Snoop Dogg ist ja, ist ja ein richtiger Gamer, ne? Also, der ist, äh, der ist ja, hat ja einen Twitch-Stream und so, ne? Den er gerne mal verlässt. Ja, oder Fluch hier und so, ne? Ja, also, der macht ja auch, da spielt auch mal Madden, das kapiere ich immer nicht mit den vielen Spielzügen da, das ist... Naja, also Mythic Quest, äh, trotzdem von mir eine Empfehlung, ähm, für die zweite Staffel, ich find's halt schön, dass es... Das ist außer Frage. ...dass es in Anführungszeichen überhaupt eine Gamer-Serie gibt oder so, die sich irgendwie so um das Game-Milieu dreht und so. Ja, die man auch gucken kann, bedenkenlos. Ja, ich find auch gut, dass da Ubisoft mit, äh, am Start ist für diese geilen Sequenzen, die sind ja immer besser geworden, die da... Am Anfang waren die noch sehr klobig und... Bis auf die Ziege. Die Zaugeziege. Na gut, die Ziege, die ist halt ganz, ganz bewusst so. Aber gab's da nicht hier, da gab's da auch so diverse hier, The Goat Game oder sowas, ne? Ja, aber, ähm, die Ziege sah aus wie von Electronic Arts gemacht und nicht fertig. Noch nicht fertig, aber 80 Euro, plus Download. Genau, die Patches werden nachgeliefert, ja. Okay, dann schauen wir mal rüber zu Loki. Eigentlich könnte ich hier so ein... Ah nee, ist nicht mehr so lange Loki, dann hätte ich einen speziellen Trenner hier gemacht für Loki. Neue Loki-Folge, Mensch, ey, ich kann's nur noch mal sagen. Also die, mir gefällt diese Ausstattung der Serie und die, äh, das ganze Außenrum, die ganzen Welten, in denen das spielt, das ist so überragend gut, weil du musst ja auch die Ideen haben, was du dort veranstaltest und so. Oh, das sah wieder so gut aus, dieser, dieser Planet da, ne? Dieser, diese Räume, in denen die sich bewegt haben, der Zug, ey. Oh, sah das alles gut aus, ey. Ich muss da mal recherchieren, wer da dahinter steckt, wer da das Set-Design macht oder so. Das ist jemand, der wirklich Ahnung hat von Architektur, von Innenarchitektur, das passt alles und so. Ey, es gefällt mir so gut. Und die Story natürlich auch und die, das Behaken da. Ja, das ist genau das Problem von dieser Serie, von Loki. Das Setting ist extrem geil und die Geschichte, wo erzählt wird, ist auch extrem gut. Und das, manchmal hast du ja entweder das eine oder das andere und das dann immer zusammenzubringen, ist auch eine Kunst. Und das gelingt, denke ich, eigentlich exzellent. Also, ich hock, auch wieder nach der Folge saß ich wieder davor und hab gesagt, ey, ich will gleich wissen, wie es weitergeht. Ey, was soll der Scheiß? Erzähl mir, wie es weitergeht. Ich hab keinen Bock zu warten, ich will wissen, wie es weitergeht. Und das ist, denke ich, ein extrem gutes Zeichen für eine Serie. Ich hab aber leider einen Kritikpunkt. Jetzt kommt's. Mir gefällt die, also mir hat jetzt, klar, die Folge war toll, super, wirklich, klasse. Aber was mir nicht so gut gefällt, ich hoffe, dass es vielleicht in der nächsten Folge wieder anders wird, ist die Entwicklung der Variante. Weil du hast die ersten zwei Folgen gehabt, wo du diese Variante hast, die so übermächtig scheint. So unfassbar clever, so stark und halt da einfach die Leute platt macht. Und dann hast du sie jetzt revealed, weißt, wer sie ist. Und sie ist dann mit Loki unterwegs und dann ist sie plötzlich gar nicht mehr so eine Übermacht. Diese, sie ist dann doch schon eher tollpatschig und warte, lass mich ausreden. Sie ist natürlich clever, weil sie ist ursprünglich eigentlich eine Loki quasi. Aber sie ist halt nicht mehr so übermächtig. Sie wirkt plötzlich nicht mehr so übermächtig. Sylvie. Und das fand ich schade. Sie ist jetzt nicht mehr so wirklich der Überwilligen in der Serie. Versteht ihr, was ich meine? Ja, aber hat auch einen ganz einfachen Grund. Weil bisher hatte sie ja einen Rückzugsort und wusste, wo sie hin kann, damit sie keiner findet. Jetzt sind sie ja auf der Spur und sie hat einen Klotz am Bein mit Loki. Der sie auch noch auf einen beschissenen Planeten gebracht hat. Und das ist so ein richtiges Change of Scenario. Deswegen, ja, ich kann es schon verstehen, dass sie am Anfang so papam wirkte. Und jetzt eher so, aber genau da ist halt der Punkt, weil sie kann auch nicht mehr so, wie sie gern möchte. Weil Loki bremst sie da schon aus. Und wenn Loki, das ist das, was ich bei mir immer in der Schule oder irgendwo sage, oder auch unter Freunden. Wenn ich sage, Leute, wenn ich die Stimme der Vernunft werde, dann ist die Kacke echt am Dampfen. Und so ist es in der Serie auch. Wenn Loki die Stimme der Vernunft wird, dann ist die Kacke echt am Dampfen. Ja, aber er hat sie ja in die Lage gebracht. Er hat sie ja zu den dümmsten aller Weltuntergangsszenarien teleportiert. Aber das war ja keine Absicht. Näh. Ich weiß nicht so recht. Erik sagt gar nichts mehr. Achso, ja, nicht. Ihr wart so schön hier im Erzählen. Ich habe nur jetzt gelesen, dass in den Endcredits, ja, da ändert sich immer der Slogan auf so einem Poster. Der Slogan hat sich jetzt geändert nach der aktuellen Folge in The Timeline is only as strong as its weakest link. Ha. Ja. 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 Und wir müssen, ja, Entschuldigung. Abspanntechnik haben wir ja, ne? Winter Soldier. Ja, ja, ja. Ähm, wir müssen über diese Geschichte reden, die da so quasi so ein bisschen beiläufig ist, die aber ein sehr, sehr großer Twist ist. Und zwar, wer diese, äh, Zeithüter eigentlich tatsächlich sind. Oder zum Beispiel die Mitarbeiter der Zeithüter, die, die Mitarbeiter der TVA, wer die wirklich sind. Das wurde ja nur so, so nebenbei erwähnt, aber das ist so unfassbar wichtig. Und ich glaube, das wird noch richtig wichtig für die Geschichte. Und, äh, das fand ich wiederum gut, dass es nur so ein, so ein Hint war, ähm, der aber so wichtig ist. Also, das war wieder so ein guter Kniff in der Folge. Das werden wir dann sehen, wenn dann Ant-Man, Tony Stark, Iron Man und so, die dann irgendwo sitzen und er versucht, die Timeline. Tony Stark. Ja. Ähm, ich denke eher Dr. Strange. Ja. Das könnte sein, weil der natürlich auch die Macht über die Zeit hat, ja. Der kümmert sich dann um das Multiverse of Madness. War natürlich interessant, dass dann innerhalb dieser, dieser Time Authority, dass dann die, die, die Steine einfach so in der Schublade liegen. Die Infinity Steine. Ja, die Steine. Das sind Briefbeschwerer. Ähm, ach ja. Aber was mir auch noch gefallen hat, was mir ganz entfallen war, ich habe so es gerade gelesen, ähm, da gab es so eine, so eine ganze Sequenz, wo die quasi in der Nähe sind von dieser Rakete, die da bereit ist zu starten. Und die wirkte für mich fast wie so ein One-Take-Shot, war natürlich keiner, weil es gab ein paar Schnitte. Ah, die war auch echt gut gedreht, wo sie in dieses eine Haus reingehen, die Kamera folgt denen und dann wieder raus und dann fällt da was runter und dann müssen sie sich da prügeln und weiter und so. Ja, herrlich, ey, echt gut. Richtig gut gemacht. Ja, macht echt Spaß. Also mir gefällt vor allem die Ausstattung. Das ist Wahnsinn. Wahnsinnig gut. Vor allem, hier war es auch wieder so bei der aktuellen Folge, ich hätte gedacht, ähm, wenn das jetzt ein anderes Universum wäre, ein anderer Produzent, ein anderer Macher, Showrunner, keine Ahnung, der hätte aus dieser einen Episode kannst du einen ganzen Film machen. Wenn du sagst, okay, du musst hier, was weiß ich, du musst da irgendwo mit dem Zug irgendwo hin, der ganze Planet ist, du musst da irgendwie zu der Rakete und so, da kannst du noch mal, machst ein paar Nebenstorylines mit auf und sowas. Aber da kannst du einen ganzen Film draus machen aus diesem einen Ding und das war wirklich sehr cineastisch, was die da gemacht haben. Ach, wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Ist zwar bestimmt viel am Computer entstanden, aber die Ideen musst du ja erstmal haben, was du da reinpackst in die Räume. Echt gut. Echt gut. Ich freue mich auf die nächste. Kommt ja schon Mittwoch. Komischer Rhythmus irgendwie. Aber gut. Haben wir jetzt noch genug Zeit, das zu gucken bis zum jeweiligen Sonntag. Ja. Okay, dann gehen wir aus dem Spoiler wieder raus hier. So, und was kommt jetzt als nächstes? Die Rätsel-Ecke sehe ich hier. Rätsel-Ecke. Wer ist dran? Ach, ich bin dran. Harry Potter. Nee, Moment. Das ist falsch. Kate ist dran. Harry Potter. Die Frage heute lautet, welche Verbindung gibt es von Steven Spielberg und Zurück in die Zukunft zwei? Außerhalb dieser üblichen Produzent, Regisseur, bla bla, Geld gegeben und so weiter. Spielt mit. Nee. Gast auf Dritt, nein? Okay. Ist das jetzt gerade extrem lustig und ein bisschen gruselig, weil... Hast du es gelesen gerade oder was? Nein, nein, nein. Aber wir hatten es gestern, hatten wir es irgendwie hier davon mit... Ah ja, es kam auf TNT, kam hier, apropos neue Rick and Morty-Folge haben wir auch nicht besprochen. Mr. Nimbus. Keine Angst, der wird den Namen noch öfters sagen. Nein, das ist ein ganzer Grusel, weil da haben wir First Contact von Star Trek gesehen und Kate hat gemeint, boah, der ist extrem gut gealtert. Nicht so, nee, das ist so vom Fernseher, das sieht hochskaliert ganz gut aus. Nee, nee, der ist extrem gut gealtert. Dann wollte ich einfach nur wissen, wie gut Back to the Future auf dem neuen Fernseher aussieht. Ja, und da haben wir halt 20 Minuten noch Back to the Future geguckt. Eins oder zwei? Ich habe fast zu Ende geguckt, eins. Weil hier geht es gerade um zwei, ne? Ja, aber eins, zwei, es geht trotzdem um Back to the Future, hallo. Ich wollte es nur noch kurz erwähnen, Back to the Future 2, ganz wichtig. Vielleicht halt zwei, welche Verbindung außerhalb davon sein Hund hat mitgespielt? Ähm, nee. Vielleicht nähert ihr euch erstmal, bevor ihr versucht zu lösen. Nur so ein kleiner Tipp, also sitzen wir heute Abend noch hier. Also, warte mal, jetzt lass mal mal überlegen. Es ist ein Film, ein fertiger Film und ein Regisseur, der sonst eigentlich nichts mit diesem Film zu tun hat. Ja, nee, ich glaube, die haben geproduziert, glaube ich, oder so. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber Spielberg und Zemeckis, die haben doch immer viel zusammen gemacht. Deswegen sage ich ja außerhalb von diesem. Also, es ist was, was auf der Leinwand zu sehen ist, sagen wir so, ja. Okay, dann hat es das mit dem Setting zu tun. Äh, kannst du das noch ein bisschen präzisieren? Weil klar hat das irgendwas mit dem Setting. Ja, keine Ahnung. Es gibt, es hast ja oft, dass die gleichen Städte oder die gleichen, was weiß ich, Züge, so in unterschiedlichen Filmen vorkommen, nur ein bisschen abgewandelt. Da muss ich ein Nein geben. Vielleicht hat das damit zu tun. Okay. Okay, hat es etwas mit den Schauspielern zu tun? Äh, nein. Kate ist dran. Also, indirekt natürlich schon, weil die spielen ja in dem Film mit und so. Hat Spielberg gesagt, hey, da ist die Chemie zwischen zwei Schauspielern und so gut, die gleichen zwei Schauspieler sollen in meinem Film mitspielen? Nee, nee, ich habe ja gesagt, es ist was, was im Film zurück in die Zukunft 2. Also, ich gebe mal eine kleine Hilfe. Also, es ist was, was im Film zu sehen ist. Vielleicht versuchte mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, was da so war, was da vielleicht mit Steven Spielberg zu tun haben könnte. Ja, woran ich mich jetzt halt noch erinnere, ist Jaws. Das ist schon mal gut. Das würde auch wieder zu dir passen. Das ist schon mal gut, ja. Mit Haien, wo der Hai darüber greift. Du bist auf dem richtigen Weg. Aber es ist ja Jaws, was weiß ich wie viel. Wahrscheinlich kommt dann noch irgendein neuer Teil oder wird irgendeiner angeteasert in der Zukunft oder, oder, oder. Okay, das muss ich... Das ist auch mal Werbung für Jaws zu sehen. Das muss ich gelten lassen. Das ist jetzt nicht ganz, also das geht natürlich noch weiter, aber das würde zu weit führen. Also, in Zurück in die Zukunft 2 wird ja der 19. Teil vom Weißen Hai angekündigt in dieser 3D-Animation. Und als Regisseur ist nicht Steven Spielberg, sondern Max Spielberg zu sehen. Der Sohn von Steven Spielberg, der tatsächlich auch so heißt. Und ja, Max Spielberg ist allerdings kein Filmregisseur, sondern kleine Zusatztrivia. Der ist Grafikdesigner für Videospiele, hat zum Beispiel Assassin's Creed Unity und Battlefield 1 gemacht. Ja. Ah, okay. So, genau, richtig. Sehr gut. Zurück in die Zukunft. Ja, ich hab mal wieder gewonnen. Ja, mit Zurück in die Zukunft, das war ja quasi... Oh mein Gott, werde ich euch nicht so nass machen wieder. Ich hab noch eine Schätzfrage, die verbrate ich jetzt heute mal, weil die gut passt. Wie oft wird das Wort Zombie im Film Train to Busan, also im ersten Teil, erwähnt? Gar nicht. Nicht so oft. Nullmal. Ich würde vielleicht sagen, zehnmal. Ah, Chris ist näher dran. Einmal wird's erwähnt. Weil im neuen Teil war das ja quasi inflationär. Oh, die Zombies. Zombies. Ja, genau. Deswegen hab ich mal geguckt. Gab's natürlich Webseiten, die sowas aufgelistet haben. Stand da so. Oder einmal. Okay. Da hätte Chris also sogar die Schätzfrage gewonnen. Sehr gut. Vernichtet. Vernichtet. Konfetti. Du bist ein sehr schlechter Gewinner. Ich finde, du hast dich sehr gut geschlagen. Auch wenn ich dich einfach vernichtet habe. Bei diesem extrem guten Gesang kommen wir gleich zu den Musiktipps. Ach, scheiße. So, Kate muss noch was raussuchen. Dann, Chris, fang du mal an. Ich winke mal kurz von meinem Gewinnertron herab. Ja, die Klabellen. Hast du jetzt auch wie Joko und Klaas, wenn einer von denen das Duell um die Welt gewonnen hat, kommst du dann in so einen Kapitänsanzug mit einer Kapitänsmütze und so einem Zepter rein? Ja, so etwas. So streite ich heute den restlichen Tag umher und die ganze Woche, bis ich dann der große Quizmaster bin. Und ich stelle euch so fiese Fragen, dass ihr keine Chance habt, dass ich es nochmal machen darf. Aber ich habe einen Song ausgewählt von einer, wie ich finde, sehr, sehr spannende Playlist. Auf Spotify habe ich den raus. Das ist, wie heißt, die DMC-freie Musik. Rechtefreie Musik, ja. Genau, die man auch im Stream oder sowas benutzen kann. Und da gibt es extrem coole Songs, extrem coole Lieder. Und ich habe mich jetzt mal entschieden für, also von der Liste, wo ich es jetzt runter habe, für Xaya, Rainman und Oli für Breakdown. So ein bisschen Dancing mit Dubstep-Elementen. Und das fand ich ganz cool. Vor allem jetzt im Sommer laut Auto aufdrehen, Nachbarn beschallen. Das ist ganz cool. Nee, da macht man Modern Talking oder Bad Boys Blue oder so. Nee, Quatsch. Das machst du, machst das. Mein Song der Woche ist Baby One More Time. Ja, genau der Song. Baby One More Time. Ja, genau, ist aktuell im Anlass. Das ist aber die Akustik-Version von Ed Sheeran. Die werdet ihr nicht kennen. Die müsst ihr mal hören. Ja, kennst du? Ja, kennst du? Ich habe einen Song rausgesucht, wo ich nicht weiß, ob er vielleicht schon auf der Liste ist. Und zwar von Five Seconds of Summer, Youngblood. Sydney Youngblood. If only I could. Nee. Okay, dann gucke ich mal. Aber du kannst ja selber auch gucken, ob es auf der Liste ist, ne? Kann ja jeder. Ihr könnt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr könnt auch zugreifen. Kinocast Song, das heißt die Liste auf Spotify. Und da könnt ihr jetzt schon mal prüfen, ob der Song schon da war. Oder ob er neu dazukommt. Okay. Und wie sieht es sonst so bei euch aus? Was macht ihr sonst so? Fußball, EM? Ich hatte andere. Ich musste tatsächlich gucken, wer spielt. Also das geht so an mir vorbei. Ich habe auch mehr oder weniger jetzt erfahren, dass Deutschland irgendwie weitergekommen ist. Hat sich weiter geduselt. Dienstag, Dienstag spielt. Ja, gegen Ungarn muss man nicht gewinnen. Sascha Kalajcic hat gestern ein geiles Tor geschossen. Gegen Italien. Der hat Italien zerstört, aber leider hat es nicht gereicht. Ich habe mich schon gefragt, der wechselt doch in Italien, ne? Ja, ob das eine gute Idee gewesen wäre, wenn er Italien aus dem Cup rausgeschmissen hätte, wenn er nach Italien wechselt. Wird er sich wahrscheinlich selber auch gefragt haben nach seinem ersten Tor. Ist das jetzt eine gute Idee, wenn ich jetzt... Also, ich weiß nicht, weil wenn ich überlege... Ja, irgendwo nach Italien geht er doch, oder? Das steht doch noch gar nicht fest. So weit ist es noch gar nicht. Aber was mich halt so wirklich so ein bisschen extrem nervt, es gibt wohl tatsächlich die ersten Autokursos schon bei einem 2 zu 2 gegen Ungarn fahren die Deutschen. Total bekloppt. Italien fährt umher und hupt. Die Türkei macht Trauerflor und... Vor allem Deutschland ist ja nur deswegen weiter, weil Frankreich auch performt hat, ne? Naja, das hätte ja auch so gereicht, egal wie Frankreich gespielt hat. Aber darum geht es ja nicht. Es ist einfach... Ich finde, man sucht gerade wieder so krampfhaft, den Grund irgendwie zu feiern und Dampf abzulassen. Und... Ach, Kinders, Autokurse ist... Ja, kann man machen. Es soll sich jeder freuen, wie er möchte. Aber bei einem 2 zu 2 gegen Ungarn, wenn sie jetzt... Weißt du, wenn sie jetzt irgendwie hier Italien im Endspiel, wenn Deutschland Italien im Endspiel besiegt hätte, dann hätte ich gesagt, ja, da könnt ihr euch mal richtig freuen. Da könnt ihr euch ane abgehen. Da werden die Italiener sich provoziert fühlen und... Ey, ist doch... Leck mich doch am Socken. Also ich finde das alles so ein bisschen drüber. Also auch dieses... Was mir auch wirklich auf die Nerven geht, ist das mit den Nationalhymnen inzwischen. Das finde ich ganz furchtbar. Aber das ist auch in den USA, finde ich das schon ganz arg furchtbar. Wenn dann vor dem Spiel, nach dem Spiel immer die Nationalhymne gespielt wird oder so... Ach so, bei Nationalmannschaftsspielen gehört das irgendwie schon dazu, finde ich. Ja, aber das ist sowas Militärisches und... Weiß auch nicht. Oh ja, ich meine, dafür gibt es in Europa gut bis auf ein paar kleinere Scharmbützel oder so. Aber... Gibt es lange keine Kriege mehr. Ja, aber das... Wir haben halt, ja, nicht Krieg oder wie man das... Aber was ich wirklich sagen muss, das habe ich auch getwittert, ich bin ja kein Bayern-Fan und ich bin auch kein Fan von Leon Goretzka oder so, aber die Reaktion nach seinem Tor in Richtung des ungarischen schwarzen Blocks, wo die mit Hitlergrußen alle standen schon. Das fand ich überragend. Ja. Das fand ich richtig gut, dass du in so einer Situation, der du da bist, da so ein entscheidendes Tor machst du vor noch irgendwie, ich glaube, auf die Fresse gekriegt hast sogar, dass du dann doch so klar in der Dunne bist und sowas zu machen, das fand ich echt überragend. Deswegen da nochmal Chapeau an Leon Goretzka für die Aktion. So, und das war gut, da hat er mal echt Pluspunkte gesammelt, obwohl er bei den Bayern kickt, wo ich nie hingehen würde. Das ging voll an mir vorbei, was hat denn der gemacht? Er hat so ein Herz denen gezeigt, also die haben natürlich alle so, boah, Hitler groß und er hat ihnen einfach ein Herz gezeigt. Ich weiß gar nicht, was handeln die Ungarn gegen uns Deutsche? Nee, die haben eine rechtsgerichtete Regierung und denken, da können sich alles erlauben. Du wirst sehen, wo es bei uns in Deutschland hingeht, wenn da ein Rechtsruck kommt in der Regierung. Ja, aber wir sind ja kein Politikprogramm. Dann wandere ich aus. Jawohl. Und wie sieht es aus? Tour de France, guckt das jemand? Nee, von euch nicht. Ich habe das früher geguckt, dass es einen Riesenunfall gab. Ja, ich habe es gesehen gestern. Ich gucke ja Tour de France. Wann fahren die denn? Seit wann fahren die denn? Seit gestern. Gestern war erste Etappe, Eurosport 1 überträgt in HD. Und ich gucke das ganz gerne, weniger jetzt so, oh, wer gewinnt jetzt und wer ist gut dran oder so. Ich gucke eher wegen der Landschaft. Echt, ich bin da echt so. Sie zeigen da die kleinen Orte, weißt du, und die haben richtig gute Drohnenaufnahmen und Hubschrauber und so was. Und ja, da war gestern dieses, ey, da hat so eine Frau, die hat da wirklich so ein Schild rüber gehalten. Das war der erste Massencrash. So ein Schild. Und da fährt er äußerst voll gegen das Schild. Und dann ein Riesencrash. Und oh Gott, oh Gott, ey. Das ist ja auch was, das ich überhaupt nicht verstehe, warum da so viel, also warum die da so nah an der Strecke sein dürfen, die Zuschauer. Das ist halt, die kommen halt da hin. Da muss ja nur einer, wenn jetzt einer will, dass das irgendwie boykottiert wird, dann muss der sich ja nur vor die Masse stellen, vor die Fahrradmasse. Ja, da sind schon ein paar Ordner dabei, aber du kannst halt nicht die hunderten Kilometer, die mitten durchs Land, kannst du nicht komplett absperren, das geht halt nicht. Und ja, sie fahren auch in der Nähe bei meinem Papa vorbei, deswegen werde ich dann auch gucken. Aber erst, ich glaube, 19. Juli oder so sind sie da unten in der Nähe von Po. Und genau, werde ich natürlich auch intensiv gucken. Bei meinem Papa vorm Haus fahren sie diesmal nicht da vorbei, das war das letzte Mal vor drei oder vier Jahren. Dass sie so eng fahren können, abgefahren. Wie lange geht denn die Tour de Frust? Die geht bis Ende Juli dann in Champs-Élysées. Und fahren die jeden Tag oder haben die da auch Pausen? Die haben Pausentage, genau. Und die haben ja auch, ist ja jetzt nicht mehr so, dass sie komplett quasi, wenn sie heute in, was weiß ich, Lyon aufhören, fahren sie morgen in Lyon weiter, sondern die haben das ja ein bisschen abgetrennt. Manche, dann müssen sie halt Transfer zu einer anderen Stadt und sowas. Gibt's auch. Und ist das immer noch so, dass es so Tagessie hier gibt, die dann so ein spezielles Shirt kriegen? Ja, ja, klar. Ja? Hm. Gibt's. Gibt's auch. Gibt's noch Bergwertungen und alles nicht. Aber da kenne ich mich nicht so sehr aus. Aber ich guck's halt immer echt wegen den, weil die zeigen dann halt auch immer, ja, jetzt fahren sie durch. So, weißt du, so, schauen sie hier, diese Burg, die ist im 16. Jahrhundert worden. Es ist echt schön, es ist besser als jede Doku und so, weil da siehst du wirklich alles, was da am Rand ist und siehst die Häuser und die Leute und alles. Sehr schön. Ich guck nachher Formel 1, das erste Rennen in Spielberg. Ah, hat man gerade vorhin, ne? Steven und so. Ja, stimmt. Autsch. Tja. Ne, sehr schön. Großes Preis der Steuermarkt. Also, gibt's sehr viel zum Gucken wieder im Fernsehen, aber kann auch rausgehen. Allerdings, wenn's zu warm ist, dann nicht. Deswegen bleibt alle gesund. Ich bin sehr gespannt, was ihr berichtet. Morgen von der Sneak Preview, wie das so abläuft, wie viele Leute da waren und so weiter und was für ein Film kam vor allem. Ich werd mich dann mal Fatherhood widmen, ab 18, auf Netflix. Mal gucken, was das ist. Ab 18. Ja, wahrscheinlich gucken wir den auch an, den Fatherhood, damit wir mit dem mitgehen. Ja, ich glaub auch. Wir sind ja nicht so gemein. Müsst ihr ja nicht. Ihr könnt euren gucken, dann haben wir auch verschiedene Filme zu besprechen, ist auch nicht schlecht. Und ich werd mal gucken, ob ich von den anderen Sachen... Ja, dann gehen wir halt nicht mit, ist schon okay. Ihr könnt gerne, ja, aber... Ich weiß ja, wie es in den letzten Wochen manchmal geklemmt hat, mit irgendwelchen Rezensionsdests extra noch zu schauen. Wie meinst du das jetzt? Vielleicht krieg ich ja, wenn ihr mir schreibt, was ihr für einen Film hattet, vielleicht krieg ich ja noch einen Redaktions-Screener irgendwie ran. Das läuft ja jetzt auch alles wieder an mit den Verleihern. Mal schauen. Dann sagen wir dann Bescheid, was kommt. Genau, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bleibt gesund. Gehabt euch wohl, euch beiden. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Ciao, ciao. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao, ciao. Ich hab übrigens vor der Sendung einen Corona-Test gemacht. Oh oh. Ich bin negativ. Warum? Weil ich als Hypochonder und Cyberchonder, der immer Symptome googelt, an mir Corona diagnostiziert habe selber. Aber wenn du dann so ein Hypochonder bist, dann musst du jetzt davon ausgehen, dass der Test falsch negativ ist. Stimmt. Ich sollte vielleicht noch einen machen, so lange, bis es richtig einzeigt wird. Bis er positiv ist. Nee, ich hatte irgendwie schon, ich weiß auch nicht. Ich musste nämlich, ich war ja letzte Woche auf Arbeit drin und irgendwie waren da wieder viele, viele Leute, die da irgendwie so, die lange nicht gesehen hatten. Da dachte ich, oh, hat bestimmt irgendeiner, irgendeiner hat bestimmt was, hab ich mir gedacht. Boah, bestimmt die Delta-Variante, ey, die überträgt sich auch an welche, die schon geimpft sind. Ich bin ja einmal geimpft, vielleicht krieg ich da was. Ja, ich hab am Freitag übelst rumgenießt auf Arbeit und dachte ich, oh Gott, jetzt hab ich's, jetzt hab ich's. Und da hab ich's. Da hab ich mich gestern noch ein bisschen schlapp gefühlt. Ja, ich mach mal lieber einen Test, ich mach lieber einen Test. Wer weiß. Nicht. Bis bald im Kinocast. Ja, ich mach mal lieber einen Test.